Greenhill Bike Park Greenhill Bike Park Greenhill Bike Park Endlich They love it Greeted from a revival to a revolution deck end my area They love dance Like i writers Batman's ascension Every dimension Give me attention Luck at my soul Luck at my heart Luck at my hope Got the world on my back But I carry it though Tell them God got my hand I ain't letting it go Ay ah y Idi Came from the side of the ocean How I have Swim with the best of them I can't deny I was chosen How Yeah It's the significantly mag Milk in the mic I don't think I'm giving it back Living unlimited winners That's unlimited fact Massive this I just gotta go off on it I just know to put the sauce on it I don't care about the cost on it I just gotta get lost on it I'm just tryna rain loose I'm about to light the fuse I just need me a cup I'ma pour me the juice I got the juice now I got the juice now I got the juice now I got the juice I got the juice now I got the juice now I got the juice now I got the juice Ladies and gentlemen, I've been presented to me I'm like an automatic weapon on a mercenary They just wanna see the blood They don't wanna see the heavy heart attached to it all Even though I'm good and ready Able to deliver whatever the situation is It's kind of fine, capable and want to playin' roles Awkward, then it's archin' to do the opposite Now it's very obvious, go on it I just gotta go off on it Die Schwiegereltern haben den Lift gebaut, ist jetzt 50 Jahre her Und haben das ganze Gelände gängig gemacht für Skibetrieb eigentlich Und haben dann Anfang 70er Jahre damit angefangen, Lift gebaut, Hütte gebaut Ja und so sind wir jetzt hier seit 1998 Und jetzt übergeben was in die jüngeren Hände Wir sind ja ein paar verrückte Typen aus Kanada und ganz Europa vor Ort, die unseren ganzen Berg umgraben Zuerst wollten wir eigentlich nur aus Spaß ein paar Trails irgendwo in den Wald schaufeln Für uns selber, für unsere Freunde, für Felix und Felix und mich und alle, die Bock haben Und irgendwie ist das mit ganz viel Fantasie und Vorstellungsvermögen immer, immer größer geworden Und ja, jetzt stehen wir hier Das ist der andere Felix, von dem wir hier eben gesprochen haben Wie geht es Ihnen? Hallo 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 Was ist mit? Was machst du? Egal fahren Ich hab ja was sonst machen, ich mach auch den ganzen Tag nichts anderes Bist du zufrieden mit dem Fortschritt bisher, die ersten 15 Tage? Eigentlich schon Ich würde ein bisschen mehr rächen, aber Keiner will rächen Keiner will es machen Keiner will es machen Ich glaube ich mittlerweile fast 10 Leute am Berg Und man kann wirklich sagen, dass in jedem Bereich Spezialisten am Berg sind Einen, der mit Steinen Kunststücke baut, die die Baggerfahrer einfach auf die Seite legen Hey Jungs, kann mich jemand mit holen? Ich hol ihn Jetzt fahren wir gerade mal auf den Berg hoch Der Stand läuft gut Wir sind in einer Zeit Die Jumpline hat schon die ersten 500 Meter Ich bin gerade auf der Jumpline Ich bin gerade auf der Jumpline Das bedeutet, dass ich viel Dirt move habe Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis bis jetzt Ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis Losbianulators Die Jumpline Die Jumpline InStight AmRO Auf Die Jumpline Aus Die Jumpline Will Na Lamp ancestry Ich versuche hier ein Logo zu machen. Das Logo soll oben auf dem Berg dann aufgestellt werden, dass man da dann irgendwann durchbringen kann. Das ist gut, das ist gut. Die Leute sind gut, die Leute sind gut. Jeder macht ihr ihr best. Das ist alles, was wir können. Das ist gut, das ist gut. Wir sind jetzt auf der Blu-Jump-Knein und wir werden hier mit der Straße crossen, also müssen wir ein bisschen Tunnel in unsere Jumpe geben und das ist unser Ziel für heute. So, der Prozess ist gut. Und wie sind die anderen Linien? Ich weiß nicht, ich bin heute nicht da. Ich bin mit der Brücke. Ich bin mit der Brücke. Ja, ich bin mit der Brücke. Ich bin mit der Brücke. Ich hoffe, dass wir nicht auf dieser Reise bekommen, anstatt von Bikes. Das ist jetzt ein Messer. Von Wladimir. Wladimir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und hier bauen wir jetzt gerade so eine Kreinerwand, damit wir quasi möglichst weit mit dem Fundament von dem Drop nach außen können, weil die Strecke das quasi kreuzt. Und in den letzten Wochen haben wir jetzt hier die Zielende von der grünen, der roten und der Downhill gebaut. Das Landing vom Ziel-Drop ist da oben. Dann kommt ein 12-Meter-Table und der geht dann lieber in dieses Rondell. Auf der anderen Seite sieht man die Übungsjumps in Anführungszeichen und unten die grüne Leine. So, ich bin Jonas von Blas. Wir arbeiten hier auf dem Blu-Trail, also Float-Trails sollten nicht beendet werden, aber bei fast allen. Beginner, advanced rider. So, es ist großartig und große Roller, große Berms. Easy stuff. Aktuell sieht es ganz gut aus. Ein bisschen stressig gerade mit dem Zeitplan. Wenn man sieht, was noch alles ansteht, hat man schon ein bisschen Druck dahinter. Aber ich denke mal, es ist alles machbar und wir sind auf einem guten Weg. Jetzt steht natürlich nur viel Handarbeit an. Die Baggerarbeiten auf dem Gebiet sind jetzt fertig hier. Und jetzt müssen die Muckis zeigen, was sie können. Aber es wird. Und jetzt müssen die Muckis zeigen, was sie können. Und jetzt müssen die Muckis zeigen, was sie können. Und jetzt müssen die Muckis zeigen, was sie können. Und jetzt müssen die Muckis zeigen, was sie können. Und jetzt müssen 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 sie können. Rundfunk Wir haben einen Doppeldoppel und wir haben einen Doppeldoppel. Man, die Doppelbrecht ist auf der Straße. Schau, ich habe den Doppeldoppel. Es ist ein Boller, das ist ein Boller. Das ist ein Boller. Er sagt, dass die Riders-Rite-Side auf die Führung ein bisschen. Riders-Rite. Okay, scratch that. Go wherever you want. My name is Thomas Vanderham. I'm a professional mountain biker from North Vancouver. And we're here at Green Hill Bike Park, checking it out. This is our first time, first day on the hill. And this is a brand new bike park that's opening soon. So it's exciting to check out all the trails. I think that Black Flow Jump Trail was one of the highlights. Really, everything's riding pretty good. I mean, the trails are quite fresh, still need to be broken in. But they're super fun to ride. Good day today here at Green Hill Bike Park. Oh my God, look at the weather. Hey, it's the best weather. It's fun. You know, the trails hitting these drops for the first time. It was awesome. Working them, you know, because these drops are new. I think we're some of the first riders to go through here. So we're working on the speed. Well, I'm really excited to get some footage for the bike park. I mean, I love filming and creating, like, good footage. Uh, railing burns and hitting the drops and gaps. And yeah, so, you know, it's just riding your bike. I mean, I can't believe we do this for a living. We just need a bit of light. It's, it's good. It's good. We just need a bit of light. Gonna do this for a living. We just need a bit of light. Yeah, so, you know, it's not a bit. This is really a bit of light. Can we do this for a living? No, it's just a bit of light sun. And now, we'll see. We'll see. You can't see it. We can do this for the night, but we can get a bit of light. Oh, the Green Hill Bike Park, built by Tom Crowe, one of the original OGs of Bike Park Building. And I think he did an amazing job. Everything flows perfectly. The boys tested everything. No one overshot everything. It's just, I think it's good to go. I kind of just wanted to ride instead of shooting the whole time. Pretty amazing. Had a ton of fun. Had beautiful weather. Amazing people. It's been just, it's been great here at Green Hill Bike Park. Honestly, I didn't know what to expect, and it's definitely, you know, far surpassed my expectations. It's a really great partnership. It kicked off really well. You know, we hope to make a success out of this partnership for the next few years. It's a beautiful place. Can't wait to come back. Look at that guy. Thanks, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020